Herzlich Willkommen bei D18 Foto, mein Name ist Dennis Aytin. Wir sind heute unterwegs mit der Konica C35EF. Das ist die Argus C3 alias The Brick. Wir sind heute unterwegs in Brandenburg, begleitet von dieser Aqua Box 50. Ich sage euch nochmal zwei Worte zu dieser Stufe 1 Kamera der La Sardina. Musik 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 Musik